Ich heiße Mess, ich heiße Viktoria, ich heiße Julia, Ilona, ich bin Mansoa, ich heiße Nele, ich heiße Gina, Eleonore, ich heiße Arta, Katrine, Reins, ich heiße Dennis, ich heiße Lia, ich bin Philipp, ich heiße Julian, Daniel, ich bin 20, 18, 21, 17, 20, ich bin 19, ich bin 21, ich bin 18 Jahre alt, ich bin 29, 17 Jahre alt, ich bin 21 Jahre alt, ich bin 22 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Lüneburg, aber bin jetzt aus Erfurt angereist, ich komme aus Dänemark, ich komme aus Gneisk, ich komme aus Polen, ich komme eigentlich vom Bodensee, ich komme aus Afghanistan, komme aus NRW, aus Leitland, ich komme aus Russland, aus Kaliningrad, ich komme ursprünglich aus Kiel, studiere aber gerade in Leipzig, Ich komme aus Polen, mein deutsches Lieblingswort ist Famos, Hassliebe, Poku, Waboku, Schmetterling, Hase, mein Lieblingswort ist Nashi, Sippen, Sehnenwildigkeiten, Wirchen, Süßigkeiten, Benutzen, Knaller, Gras, Rabauke, Getreidespeicher, Krankenwachen, Lange, große, weite Flächen, Lüneburg, meine Heimat, Autos, Bundesliga, Geschichte, sehr schöne Menschen, Burgerhaus, Parneval, Mit Deutschland verbinde ich alles und nichts, viele Freunde und viel Spaß Ähm Dankeschön Ich bin 29 Jahre, ich werde dies Jahr 30, aber das verleugne ich noch bislang Dankeschön